Kyria, Kyria, Helde, Ison. Kyria, Kyria, Helde, Ison. Jesus Christus spricht. Ich bin das Licht der Welt. Gerechter Gott, manchmal nennst du dich so. Heute haben wir dazu eine Frage an dich, Gott. Denn uns treibt um, was das bedeutet, gerecht sein. Wir haben da Bilder im Kopf und oft auch sehr klare Stempel von Lohntabellen hier in Deutschland. Männer und Frauen, alte und neue Bundesländer. Wir sehen den Preis für ein T-Shirt, hergestellt in Bangladesch. Stempel extrem ungerecht. Wo setzt du den anderen Stempel drauf? Den Stempel gerecht? Hast du die Lösung? Bitte, Herr, zeig sie uns. Wir leiden unter dieser Ungerechtigkeit und unter noch so manch anderer. Und wir sehen keinen Ausweg. Du bist gerecht, Gott. Bitte nimm uns mit hinein in dieses Wort, in deiner Gerechtigkeit. Amen. Dona, nobis, passem in terra. Dona, nobis, passem domine. Dona, nobis, passem in terra. Dona, nobis, passem domine. Dona, nobis, passem domine. Amen. 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 Vielen Dank.